So undiszipliniert, FC Bayern-Trainer Tuchel rechnet mit seiner Mannschaft gnadenlos ab. Die FC Bayern wollte in Freiburg drei wichtige Punkte für sein Selbstvertrauen holen. Sie hatten keinen Erfolg. Nach den 2-2-Unentschieden äußerte ihr Trainer, erneut, deutliche Kritik an der Mannschaft. Freiburg, der FC Bayern schaffte es im Breisgau nicht, vor dem nächsten Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom das erhoffte Selbstvertrauen aufzubauen und sah sich nach dem Unentschieden, 2-2, in Freiburg erneut hartnäckiger Kritik ausgesetzt. Das kam von Trainer Thomas Tuchel höchstpersönlich, und auch nach dem vierten der letzten fünf sieglosen Spiele gab er seinen Worten nicht nach. Taktische Veränderungen beim FC Bayern Ein-Dauer-Problem das Händspiel von Max Eberle oder das Bundesliga-Händspiel des deutschen Rekordmeisters 2000, an dieses Spiel beim SC Freiburg wird man sich trotz seiner zahlenmäßigen Bedeutung jedenfalls nicht gern erinnern. Die Leistung der Münchner war einmal mehr zu schwach. Richtig. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte der FC Bayern nahezu planlos und völlig durcheinander. Mit den Worten des Cheftrainers, Parakiri. Manager Thomas Tuchel beschrieb eine schlimmste halbe Stunde, in der man ohne Struktur, ohne Kontrolle, zu viel Disziplin agierte. Durch Ballverluste in der Vorwärtsbewegung wurden die Gegner zum Gegenangriff eingeladen. Aber es wäre so nachlässig, dieses Filmmaterial nur auf die erste halbe Stunde aufzuteilen. Tatsächlich begann das Spiel der Bayern nach der Einwechslung von Alphonso Davies und Konrad Reimer, 63. Minute, etwa Struktur zu gewinnen. Joshua Kimmich stand eigentlich gern im Zentrum der Mannschaft, wollte vorne mitspielen und fühlte sich im zentralen Mittelfeld zu Hause, wurde aber aus dem Spiel genommen. Getreu dem Motto von Toche selbst, wir können jetzt Schlange stehen, ohne an die langfristigen Konsequenzen zu denken. Ob Kimmich, Fest steht, Freiburg scheint die eigene Mannschaft als schwaches Glied wahrzunehmen. Mit dieser Position zufrieden ist, ist höchst fraglich. Vincenzo Grifo und Christian Günther liefen weiterhin aus Kimmichs Team. Zeitweise wirkte der 29-Jährige alles andere als selbstbewusst. Test steht, Freiburg ist, wo wir nicht in der componente Fähigkeit waren, Wir machen weiter, wie wir die Einwege getrennt sind. Vielen Dank.